ein herzliches willkommen mit dieser aussicht hier oben ein wahnsinn ja wir sind hier aufgefahren weiter hinten und sind die welt der kunden eben auch für die ansätze aktive mal geplant haben aber eine stelle raussuchen das dann durchführen können und wir werden mal richtung diesen gehen der letzte blieb und war ich na ja der erfolgreiche abteil aber wir haben ein bisschen erlegt theoretisch fehlt uns jetzt hier nur mein schwarzbär noch jedoch will ich noch nicht so ganz zeigen aber wenn man schon ein bisschen jetzt was auf der karte dazu die bitons ran huschen noch eine verdeckte sicht gott sei dank auch vor uns so ich muss mich langsam aufpassen ja jesus weit fortläuft fläche so hier werden wir auf jeden fall jetzt wenn ich unsere hinten sollte gepasst haben insofern da können wir gerade sagen da ist es wieder gelegen aber die kugel ja nächstes ziel und eine gute plan werden und eine gute plan werden und ab und zu was vorbeikommen schütze ich jetzt einmal sonst ist ziemlich ruhig eigentlich ein knacksen geheule zum beispiel und rufe eines tieres hier wäre ganz recht wenn sich mal so ein bär wieder melden würde parkplatz kann ich sagen kann ich auf diesem parkplatz eigentlich mal ein auto rufen oder das ist warum heißt das parkplatz und hier hier hat man eine schöne sicht man kann da schön abdecken gebiete eigentlich steht hier nichts aber wir haben 17 uhr wir werden es hier heute in die nacht in die nacht jagen wenn man es dann diese ansitze genau anschauen ist das 20 meter schau schau mal 10.000 10.000 haben wir uns jetzt schon fast zusammen gespart ähm ich möchte natürlich noch weiter farmen 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 es kann auch sein dass ich diese folgen erst nach dem africa dlc dann veröffent aber keine ahnung wann das africa dlc kommt oder hier ein bisschen vor auch damit ich farmen kann wenn ich das auch auf kurz hier der steht da du gehen irgendwo da drinnen in die Busche. Hier gehen irgendwo da drinnen in die Busche. Hier gehen irgendwo da drinnen in die Busche. ruhig und da war dann die offene fläche da war eine bergziege ich kann mich gar nicht erinnern dass sie bergzieht und wo waren die auf die berge dann vor arbeiten schauen wir mal ob wir die bergziegen blicken können und 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 Ein Baum? Ah nicht. Ein Baum? Ah nicht. Schauen wir mal. Wüsste da gewesen sein. Hinter dem Baum vorbei geschlichen. Dann nach vorne auf einmal gekommen. Von rechts. Wir werden es sehen. Erste Bergzieger. Die Distanz haben wir gesehen. Wir haben uns. Wenn wir sie getroffen haben. Wenn wir sie getroffen haben. Wenn wir sie getroffen haben, wir sie auch getroffen haben. Ich frage jetzt, ob wir sie getroffen haben. Mit einer Hand. Mit einer Hand. Ich frage jetzt. Ich frage jetzt. So bad. Oh da ist sie. Ups. Ah da liegt sie. Komm. Schnapp aber. Und probieren wir die Leber auch errichtet haben. In diese Richtung gehen wir. Frau Wolf. Bär gewesen. Wahrscheinlich so gut gesagt. Der fehlt uns jetzt wirklich noch. Da standen. Haben wir da wirklich schon eine schöne Route. Wir haben den Weg entlang gemacht. Kannst du wirklich so ein Auto hinfahren. Das hat geknackst. Schöne Stellen muss ich auch sagen, wo die stehen. Auf die Berge auch ein bisserl. Ah schön. Schön. Wir werden da jetzt so quer über die. Bühnen streichen. Ah schön. Wir werden da jetzt so quer über die. Oh shit. So, wo kommen die da rüber? Ich glaube, hier gibt es keine Schwarzbein so weit oben. Ich glaube, hier gibt es keine Schwarzbein so weit oben. Dann Absturz. Ich glaube, hier gibt es keine Schwarzbein so weit oben. Das ist ein Blumen. Blumen. Das ist eine Schwarzbein so weit oben. Das ist eine Schwarzbein so weit oben. Das ist eine Schwarzbein so weit oben.